Unsere Kampagnen haben einen Namen bekommen. Die nächste Abfrage, die man bei der Anlage von einigen der Werbeformen hat, sind die Portfolios. Und das sieht so aus. Und das Angenehme ist hier, dass man eine Vorab-Auswahl dann ausfüllen kann, Dropdown-Menü, oder auch komplett direkt anlegen kann. Portfolios sind vielschichtig von ihrer Grundidee her. Nicht nur, dass sie die Portfolio-Budgets haben, die man hinterlegen kann, dazu kommen wir dann nachher gleich nochmal, sondern auch die Namensstruktur-Ideen. Es macht es einfacher, den Überblick zu behalten. Heißt, wenn es im Rahmen der Benennung der Kampagnen mal vielleicht ein paar Mängel gab oder ähnliches, dann kann man das mit Portfolios zur Not noch lösen, anstatt alles nachzuarbeiten. Oder Alt-Kampagnen, die kann man dann einfach wirklich markieren, archiviert oder pausierte Bereiche, die kann man dann in ein Portfolio schieben. Heißt, Saisonalitäten, super Geschichte, Sommer oder Weihnachten oder Valentinstag. Und dann hast du die da einfach drin, kannst die komplett pausieren, aktivieren. Oder du hast halt wirklich eine riesengroße Umgebung über die Jahre, ganz viele Altlasten noch drin, die schiebst du dann in ein Portfolio. Rest, dann sind die einfach da drin und weg und dann ist gut. Testumgebung finde ich super wichtig oder geben wir mal Beispiele durch nacheinander, heißen jetzt alle Beispiel. Eins ist ja auch immer nur ein Beispiel. Wir haben den Bereich Autokampagnen separiert, Eigenschutz, Launch, Tests und die jeweiligen Werbeformate. Hier könnte man sogar Sponsored Brands nochmal unterteilen durch Videos, Store, eigene Landingpages, wenn man mag. Wir könnten aber auch sagen, wir machen Markenportfolios. Reseller mit mehreren Bereichen, natürlich. Wir können aber auch sagen, wir gehen unsere Produktportfolios durch nach Produkttypen. Halsketten, Ringe, Armbänder, Ohrringe. Wenn das unsere Strategie ist und wir keine Unterstrategie brauchen, natürlich könnt ihr es auch verbinden und sagen, Sponsored Product Ads, Armbänder. Autokampagnen, Armbänder. Dann wären die Portfolios nur mehr und mehr und mehr. Das muss oft nicht sein und könnt ihr ja in dem Moment umgehen, wenn die Kampagnen sauber benannt sind. Sagen wir, wir entscheiden uns für Halsketten, Ringe, Armbänder, Ohrringe als Portfolios. Dann steht im Kampagnennamen ja trotzdem drin, Eigenschutz, Angriff oder Organisch oder die verschiedenen Werbearten. Dann heißt das, dass wir nicht nur den Filter Portfolio haben, sondern auch den Portfolio Namen und können uns trotzdem sofort alle Eigenschutzkampagnen, alle Werte dazu kumuliert ansehen und so weiter. Im letzten Beispiel geht es dann um die Preispunkte, Beauty-Segment, alles hat verschiedene Preispunkte, aber per se sind alles Tages- und Nachtcreme oder alles in Haartönung oder alles ist Nagellack, aber es gibt verschiedene Preispunkte. Denkt da bitte nicht nur in großen Zügen, sondern es können auch 3 Euro, 3 bis 7 Euro, 7 bis 10 Euro sein und dann bis 15 Euro. Das hier ist ja nur ein Beispiel, aber so kann man das gut zusammenfassen und nutzen und wer sich jetzt wundert in den eigenen Themen, warum hat der Kerl jetzt Sponsor Display Ads, ehemals Product Display Ads als Portfolio anlegen können, dann guckt euch einfach noch das passende Video dazu an. Ansonsten soll es das schon gewesen sein, Portfolios und die Kampagnen Namen sind das, was euch die nachgelagerte Steuerbarkeit und Kontrollierbarkeit und Messbarkeit und auch die Effizienz in eurem Werbung und im Werbehandling erst ermöglichen. Ansonsten soll es das, was euch die nachgelagert, was euch die nachgelagert, was euch die nachgelagert.